Pflanzen in einer Kristallvase. Ganz genau hat Hans Holbein der Jüngere die Brechung des Lichts studiert. Zunächst im Wasser, dann im Glas ohne Wasser und schließlich die Stängel oberhalb der Vase. Neben Rosmarin, Basilikum und Goldlack stehen Nelken. Weil sie bis zum Verwelken ihre Farbe behalten, symbolisieren sie ewige Treue. Und das ist wichtig, denn dieses Bild ist ein Verlobungsbild. Wie Hieronymus Holzschuer ist auch Georg Giese ein wohlhabender Kaufmann. Er lebt in London, stammt aber aus Danzig und will sich seiner Braut in der Heimat empfehlen. Deshalb zeigt Holbein ihn in der Welt des reichen Kaufmanns und schreibt sicherheitshalber dazu. Was du hier siehst, dies Bild, zeigt Georgs Züge und Aussehen. So lebendig ist sein Auge, so sind die Wangen geformt, in seinem 34. Lebensjahr, im Jahre des Herrn 1532. Giese sitzt am Tisch in seinem Kontur, umgeben von Gegenständen seiner täglichen Arbeit. Ein Pätschaft und ein Siegelring, Schreibfedern und Rechnungsbücher. Besonders schön ein Fadenspender, aus dessen unterem Ende man den Bindfaden ziehen kann. Ringsumher eine Menge Briefe, die von Gieses weltläufiger Korrespondenz zeugen. Sie sind so fein gemalt, dass man die Schrift lesen kann. In seiner Hand etwa ein Brief von seinem Bruder. Auch Hans Holbein selbst lebt zu dieser Zeit schon in London. Er stammt aus Augsburg und hat es zunächst in Basel zu Ruhm und Ehren gebracht. Dort aber setzt sich die bilderfeindliche Reformation durch und so zieht es ihn 1532 nach England. Er spezialisiert sich auf Portraits und wird 1536 Hofmaler Heinrichs VIII. Sieben Jahre später wütet die Pest in London und mitten in der Arbeit fällt ihr auch Holbein zum Opfer. Holbein und Dürer sind berühmte Maler. Gieße und Holzschuhe, die sie porträtiert haben, sind erfolgreiche Unternehmer. Lukas Kranach ist beides zugleich. Mit bürgerlichem Namen heißt er Lukas Maler, geboren 1472 im fränkischen Kronach. Daher sein Künstlername. Nach der Ausbildung zieht er für drei Jahre nach Wien. Dort entsteht dieses Bild, mit dem er die Donauschule begründet. Das heilige Paar ist auf der Flucht nach Ägypten und sitzt hier mitten in einer süddeutschen Landschaft. Ganz im Sinne der Renaissance spielen die detailliert gemalte Landschaft und die Pflanzen eine wichtige Rolle. Wieder tauchen Erdbeeren als Symbol für die Passion auf. Daneben diesmal Disteln als Anspielung auf die Dornenkrone. Die musizierenden Engel wirken wie ganz reale Kinder, denen Kranach Flügel angesetzt hat. Und wie alle deutschen Künstler hat auch er von Dürer gelernt. Den Josef hat er einem von dessen Holzschnitten entlehnt. Dieses Bild ist das erste, das Kranach signiert hat. Noch mit seinem Monogramm LC und der Jahreszahl 1504. Einige Jahre später hat er ein neues Markenzeichen. Die geflügelte Schlange mit einem Rubinring im Maul wird weithin berühmt. Kurfürst Friedrich der Weise hat ihm das neue Signet verliehen. Ab 1505 ist Kranach sein Hofmaler in Wittenberg. Dort entsteht 40 Jahre später dieses einzigartige Bild, der Jungbrunnen. Ein Altertraum der Menschheit. Links werden alte Frauen aus einer felsigen, unfruchtbaren Landschaft herangeschafft. Ein Gelehrter untersucht sie genau. Was danach im Brunnen geschieht, hat später der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs beschrieben. Das Wasser hätt so große Kraft. Welch Mensch mit Alter war behaft, ob er schon 80-jährig war's, wann er ein Stunde im Brunnen saß, so täten sich für Jungen wieder sein Gemüt, Herz und alle Gelieder. Männer allerdings sucht man hier im Bad vergeblich. Lukas Kranach reicht es offenbar, wenn die Frauen wieder jung werden. Nach einer Stunde mit freien Sprüngen sprangen sie aus dem Brunnen rund, schön, wohlgefarb, frisch, jung und gesund, ganz leichtsinnig und wohlgebärig, als ob sie wären 20-jährig. Der Brunnen ist vor allem auch ein Liebesbrunnen. Auf dem Brunnenstock steht Venus mit Amor. Und die Frauen werden nach ihrem Bad in einer fruchtbaren Landschaft von Männern empfangen. Kranach lebt hier womöglich auch seine eigenen Träume aus. Als das Bild entsteht, ist er 75 Jahre alt. Allerdings kann man nicht sicher sagen, ob er das Bild wirklich selbst gemalt hat. Zumindest teilweise ist es ein Serienprodukt seiner großen Werkstatt. Die schönen jungen Frauen rechts sehen aus, als wären sie geklont. Alle haben dieselben Haare, dieselben Brüste und denselben vorgewölbten Bauch. Der Frauentyp der Marke Kranach. Dieselben Kindfrauen finden sich auf vielen anderen Bildern der Werkstatt, zum Beispiel auf dieser Kopie eines Altars von Hieronymus Bosch. Besonders die damals sogenannten nackerten Bilder produzierte Kranachs Unternehmen wie am Fließband. Gut 1000 Gemälde sind heute noch erhalten, einst waren es wohl 5000. Noch auf seinem Grabstein nennt die lateinische Inschrift Kranach einen Schnell- bzw. Vielmaler. Dabei ist er nicht nur Maler. Er eröffnet eine Weinschenke, betreibt die Wittenberger Apotheke, wird Verleger, Buch- und Papierhändler, Stadtkämmerer und schließlich mehrmals Bürgermeister von Wittenberg, ein wahrer Multiunternehmer. Ein paar Häuser weiter in der Schlosskirche predigt sein guter Freund Martin Luther. Immer wieder porträtiert Kranach ihn auf Gemälden und Grafiken und wird so zum Begründer der protestantischen Bildertradition. Über 150 Jahre lang besteht die Werkstatt mit dem Logo der geflügelten Schlange. Noch Kranachs Urenkel führt sie im alten Stil. 600 Kilometer weiter westlich entsteht fast zur gleichen Zeit ein anderer Malerklan, der zu einem der berühmtesten der Kunstgeschichte wird. Vom besten Bauernmaler bis zum größten Meister des Barock in Flandern.